NIST 2 klingt irgendwie kryptisch und ist das für viele Unternehmen wohl auch. Wir wollen uns heute etwas näher anschauen, was dahinter steckt. Hallo und herzlich willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Katharina Häusler und ich bin Rechtsanwältin bei der Umwelt- und Energierechtskanzlei Niederrohr und Partner mit Sitz in Wien, Graz und Salzburg. Ja, aber steckt hinter den drei ominösen Buchstaben NIST und der Zahl 2. NIST steht für Netzinfrastruktur- und Sicherheitsrichtlinie und 2, man kann es schon vermuten, deutet an, dass es auch davor schon eine Richtlinie gab. Die erste Richtlinie aus dem Jahr 2016 hat aber nur sehr wenige Unternehmen betroffen, in Österreich waren es so rund 100. Während die neue Richtlinie 2022 beschlossen, uns bis Mitte Oktober von allen Mitgliedstaaten umzusetzen, wird ca. 6.000 bis 7.000 Unternehmen betreffen, also sehr viele mehr. Wer sind jetzt die Unternehmen, die davon betroffen sind? Und die Richtlinie gibt hier zwei große Gruppen vor. Einerseits die Unternehmen in Sektoren mit kritischer, mit hoher Kritikalität. Das sind etwa die Bereiche Verkehr und Energiesektor oder das Gesundheitswesen, die Abwasserwirtschaft und sonstige kritische Sektoren. Das ist zum Beispiel die Abfallwirtschaft oder etwa die Lebensmittelindustrie. Und auch dort sind es nicht alle Unternehmen in diesen beiden Bereichen, sondern nur jene, die eine gewisse Schwelle, nämlich jene etwa für mittlere Unternehmen, erreichen. Zusätzlich sind auch noch einige Unternehmen umfasst, die unabhängig von ihrer Größe zur kritischen Infrastruktur gezählt werden. Das haben die Mitgliedstaaten zu definieren. Das wird aber nur eine Handvoll Unternehmen treffen. Also etwa spezielle IT-Dienste oder sonstige von hoher öffentlicher Relevanz. Die betroffenen Unternehmen, die müssen jetzt aber sehr rasch tätig werden. Wie gesagt, Mitte Oktober ist die Frist für die Umsetzung der Mitgliedstaaten. Und die müssen sich jetzt sehr rasch überlegen, welche Cybersecurity-Risiken haben sie. Wie kann man die bekämpfen? Sie müssen sich eine Strategie zurechtlegen. Und das ist insbesondere für die Leitungsorgane sehr wichtig. Denn die Leitungsorgane, die haften persönlich, wenn sie keine geeignete Cybersecurity-Strategie für ihr Unternehmen entwickeln und sich daraus Schäden ergeben. Das heißt, die Unternehmen sollten jetzt rasch tätig werden. Und die zusätzliche Schwierigkeit darauf besteht darin, dass sie selbst einmal feststellen müssen, ob sie davon umfasst sind anhand der Kriterien, die ich zuvor aufgezählt habe. Und dann eben tätig werden müssen mit einer konkreten Evaluierung, welche Risiken treffen sie, wo muss man tätig werden und welche Sicherheitslücken müssen sie schließen. Und das auch bezogen auf die Lieferkette. Und das auch bezogen auf die Lieferkette.